Ich habe doch schon wieder ein kleines Viech gehört. Äh, was muss man denn hier machen? Ah, dann öffnet sich das. Und es kommt ein Aufzug hoch. Okay. Dann kann ich hier runter gehen. Und auf den Aufzug. Wahaha, geht das schnell. Jetzt fallen mir bestimmt irgendwie gleich Sachen auf den Kopf. Ach, das ist wieder so einer. Einer weg. Noch einer weg. So, und, äh, hoch, wo geht es eigentlich weg? Ach so, hier. Hier kriegt man noch ein bisschen Heilung. Und jetzt kommt das. Gott. Machst du mich nervös, ey. Okay. Ich treffe den gar nicht. Doch, jetzt. Oh, Backe. Das kann was werden. Ich glaube, hier sind sehr unangenehme Gesellen. So, wie ging das? Ich musste so hin. Und ich kann dann aber weiter schießen. Das heißt, ich werde mal die hier nehmen. Und werde nicht zu schnell fahren. Ich weiß nicht, ob dann hier auch noch Soldaten kommen und so weiter. Kann natürlich gut sein. Okay, den habe ich einfach überfahren. Huch. Boah, ich sehe euch gar nicht. Ja, und da ist das Ding hier dagegen gekracht. Okay. Wir haben hier ein Rätsel. Und wir haben hier Radioaktivität. Okay. Da ist ja noch so ein Spotzer. Ich muss meine Munition gut einteilen. Denn hier unten gibt es, glaube ich, nicht so viel. Okay. Ich werde erst mal hier rüber gehen. Dann speichere ich mal ab. Muss ich da rüber, über die Kästen? Ja, sieht so aus. Oder komme ich da auch rüber? Da komme ich auch rüber. Okay. So weit, so gut. Keine Ahnung, was mit den Kisten ist. Ich hoffe, die brauche ich nicht. Okay, aber es geht voran. Ach, hier muss ich da rein. Äh... Von wo denn? Von wo kam der denn jetzt? Hä? Ist der da hinten? Ah, da hinten ist der tatsächlich. Lech. Okay. Aber jetzt werde ich schon langsam wieder ein bisschen ruhiger und entspannter. sind das hier. Ach, da ist noch so ein Headcrab, aber die stört mich jetzt nicht. Okay, da geht es schon weiter. Ich wollte nochmal in die andere Richtung gucken. Ach so, hier geht es gar nicht weiter. Oder? Nee. Ja, und jetzt kommen wieder so diese, ja so diese Abschnitte, die eigentlich gar nicht mal so uncool sind. Na sowas. Okay. Also die, die einfache Pistole, die ist dann schon sehr wichtig für diese Gegner, wie es aussieht. Okay, da drüben ist eine Leiter. Boah, ist das hier dunkel, ey. Warum ist das so dunkel? Auch ein bisschen unheimlich. Okay, ich muss irgendwie da hoch. Das heißt, ich muss nochmal auf die Leiter. Wahrscheinlich hoch und dann da rüber springen. Wo denn? Ach, da unten. Drei Schuss braucht der da, okay. Naja. Oh, da ist sogar Heilung. Coole Sache. Und es geht weiter. Waha. Ich seh die immer nicht. Ach, von ganz da hinten. Was macht man denn mit dem Ding hier? Nix. Kann man nicht verschieben. Na gut. Ah. Muss mal mit Shift-Taste gehen. Damit ich nicht zu schnell werde. Da ist doch noch ein Viech. Okay. Ich hoffe, in der Gesundheit packe ich das dann. Was sind das für Geräusche? Okay, der Aufzug, der geht dann nach oben. Waha. Uh. Aber es ist schon cool. Es ist so ein bisschen dieses, dieses leicht gruselige. Okay. Okay. Hat sich ja gerade in dem vergangen. Kann ich denn mit euch irgendwas machen? Nee. Ach, das ist... Okay, das ist hier... Ah, nicht ihr. Nicht ihr. Die leuchten so grün. Was ist mit denen los hier? Kann ich denn den einfach schon mal abknallen? Dann mach ich denn. Ei, 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 ei. So, alter Verwalter, was für ein Stress, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, die waren alle hier beim Campen. Da ist schon wieder irgendwo ein Spotzer. Ach, ganz da hinten. Der Wahnsinn. Wie weit der das spucken kann. Okay, er ist tot. Ah, zum Glück habe ich immer genügend Munition gesammelt. Sonst hätte ich jetzt ein Problem. Äh, okay. Das ist auch fies. Was, was ist das? Oh je, ich habe, ich, ich, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist und das ist nichts Gutes. Es ist absolut nichts Gutes. Ja. Und da ist halt nichts in dem Testfeier. Das heißt, wir brauchen Power, Oxy und Fuel. Ach du Scheiße. Oh Mann. Das wird heftig. Oh, die Soundkulisse ist jetzt auch übel. Okay. Das ist nur noch so eine Geisterscheinung. Und hier sind Granaten, ja. Oh, Backe. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wenn der so völlig durchdreht? Oder das ist ja genau, das reagiert ja auf meine Bewegung. Wenn ich schleiche, ist es ein Tick besser, aber... Jetzt macht das irgendwie random. Hm. Wo muss ich hin? Okay, ich glaube, ich muss erst mal diese Kisten da unten irgendwie kaputt machen. Sonst habe ich überhaupt keine Chance. Was gibt das, wenn ich so mache? Äh, das war jetzt nicht so gut. Ja. Das war nicht so gut. Warum wirft er das da nicht raus? Okay. Der Weg da ist jetzt frei. Jetzt erst mal wieder hier... Achso, ja. Hier noch ein bisschen was mitnehmen. Das kann ich aber nicht mitnehmen. Und jetzt erst mal wieder abwarten. Also die Stelle kann sehr lange dauern. Ich muss da die Dinger auch öffnen. Was treffe ich denn? Würde ich so reintreffen? Natürlich nicht, weil das Ding im Weg steht. Okay, da ist offen. Und da ist auch offen. Okay. Ich gehe mal schnell zurück und speichere ab. Den Fortschritt, den lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Dann kann ich hier noch eine Granate mitnehmen. Okay. Ja. Oh, Backe. Und damit kann man die natürlich dann auch weglocken. Tipp, tipp, tipp. So lustig, wie der so... Entweder so wild draufhaut oder dann mal so vorsichtig antippt. So, tipp, tipp. Ist da jemand? Ist da jemand? Da mal tipp und da mal hintippen. Wo muss ich zuerst hin? Wo muss ich zuerst hin? Kann natürlich trotzdem Pech haben. Dass der mich bei diesen Tippern einfach mal so erwischt. What the fuck? Hat es mich jetzt gehört? Okay, aber der erwischt mich hier nicht. Okay, dann einfach noch mal abwarten. Ich muss da drüben hin. Ich hoffe zumindest, dass das erstmal der richtige Weg ist. Okay, da hat es mich gehört. Und ich habe es geschafft. Alter Verwalter, ich war jetzt noch in der Black-Mesa-Mod. Das war so übel. Das ging jetzt hier eigentlich. Also es ist ein bisschen fairer, wie es mir scheint. Natürlich gleich abspeichern. Okay, ich glaube hier ist irgendwas... Kracht man hier irgendwie runter, wenn man... ...statzt das hier ein? Das kann natürlich sein. Ich versuche mal diesen Duck-Jump zu machen. Okay, ist aber nichts passiert. Okay. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Okay.